Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Template Pattern. Das Template Pattern ist sozusagen wirklich genau das. Es bietet euch ein Template, das heißt eine Vorlage und ihr könnt so viele Varianten davon erzeugen, wie ihr wollt. Das ist vor allem für irgendwelche coolen Algorithmen natürlich der Fall, ähnlich wie beim Strategy Pattern auch. Das habe ich auch schon vorgestellt in einem, ich weiß nicht genau wie vielen Videos davor, aber ein, zwei, drei, vier, vielleicht auch fünf Videos. Vor diesem Video findet ihr Strategy Pattern, das ist sehr ähnlich. Bei dem Template Pattern seid ihr sogar noch ein bisschen leichter dran. Und zwar, was ihr hier machen müsst, ist im Endeffekt eine Methode schreiben, diese Methode hier Template Method und die wird von außen irgendwo aufgerufen, das heißt irgendein Client ruft zum Beispiel eine Sortierfunktion auf. So, und, ähm, beziehungsweise nein, wir nehmen ein anderes Beispiel, wir gehen mal wieder in die Computerspiele rein und sagen, das hier ist eine, ähm, Schießmethode. Das heißt, wenn man diese Methode hier aufruft, dann feuert der Spieler zum Beispiel eine Kugel ab. So, und zum Kugel abfeuern werden hier zwei Ops gebraucht, also zwei primitive Operationen. Nämlich einmal muss die Animation getriggert werden, dass er zum Beispiel, ähm, in die Hocke geht und zum Beispiel auch leicht zurück beim, beim Rückstoß der Kugel oder sowas. Und das andere ist die Operation, dass eben die Kugel losgelöst wird. So, und jetzt habt ihr das Ganze implementiert und es sieht aber relativ scheiße aus, aber ihr wart halt schnell dabei und konntet so schnell eine neue Version rausbringen. So, jetzt habt ihr aber eine neue Variante und zwar eine, die viel, viel besser aussieht, aber im Endeffekt bleibt das Pattern natürlich, oder das Muster, wie man das Ganze macht, natürlich immer noch gleich. Man muss hier die Ops 1 ausführen und Ops 2 ausführen und davor irgendein Code, irgendwelche Berechnungen, natürlich eine Kugel abziehen und so weiter und so fort und hier unten muss man auch irgendwas machen. Und unten drunter natürlich dann auch nochmal. Aber im Endeffekt wollt ihr Ops 1 und Ops 2 verändern. So, jetzt ist es allerdings immer unklug, wenn man den alten Code einfach komplett auskommentiert oder löscht sogar, sondern man möchte das Ganze so machen, dass man es auch testen kann und trotzdem aber den normalen Code auch noch weiterverwenden kann. Vielleicht möchte man ja noch andere Dinge testen. Und deswegen kann man hier einfach dann eine Unterklasse erstellen, nämlich die Variante 1, also Variant 1 in meinem Fall hier. Und diese Variant 1 hat hier eben Ops 1 und Ops 2 logischerweise geerbt, aber die kann man natürlich auch einfach überschreiben. Und die Template Method, die überschreibt man einfach nicht, die bleibt einfach genau gleich und die ruft dann dynamisch gebunden Ops 1 und Ops 2 auf. Das heißt, wenn hier über das Template Objekt, was ja dann im Endeffekt Variant 1 ist, also wenn man über ein Variant 1 Objekt die Template Method aufruft, dann werden hier nicht Ops 1 und Ops 2 aus der Template Klasse aufgerufen, sondern Ops 1 und Ops 2 aus Variant 1 aus dieser Klasse hier unten wird aufgerufen. Aber die Template Method hat sich absolut nicht geändert und deswegen bleibt die natürlich immer noch genau gleich. Das heißt, wenn ihr ein Variant 1 Objekt habt, habt ihr sozusagen diese beiden Bestandteile eures Algorithmuses ersetzt, aber das Grobe ist immer noch übernommen worden. Und wenn ihr natürlich nur einen Teil davon ersetzen wollt, zum Beispiel wollt ihr nur, dass die Kugel oder sowas, nein, dass die Animation anders ist, dann müsst ihr nur Ops 1 hier überschreiben und könnt Ops 2 einfach auch vererbt bekommen und die benutzen. Ja, und das ist im Endeffekt auch das Template Pattern schon wieder. Es ist relativ simpel, das gebe ich zu, aber es ist durchaus nützlich und vielleicht hat man sich so noch gar keine Gedanken drüber gemacht, was doch eigentlich diese dynamische Bindung alles für uns mitliefert. Okay, und das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, ihr habt Verwendung dafür und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ciao!